Du, weißt du noch, wie auf der Party von Lady Ableton der alte Dunge plötzlich auftaucht? Na und ob. Das war doch die letzte Party der Lady Ableton vor Ende der letzten Saison, nicht wahr? Aha. Wir alle im Abendanzug, die Damen in großer Toilette. Und auf einmal stand der alte Dunge mitten im Saal. Keiner wusste, wie er reingekommen war. Ja. Ich sehe ihn noch deutlich vor mir. Im großkarierten Anzug. Mit einem Gesicht, als weile er schon längst unter den Toten. Und voll wie eine Whiskyflasche. Ich glaube, es war Lady Ableton sehr peinlich. Wenn es auch ihr Onkel war. Vielleicht gerade deshalb. Dann sagt er, wäre nicht ganz richtig im Kopf. Stimmt. Delirium tremens. Säuferwahn. Nein. Scheißlich. Schenk mir noch einen ein, Robert. Na, vorsichtig, mein Alter. Denk an den alten Dunge. Genug. Was ist denn nun los? Da ist ein Fenster auf, bitte. Sind die anderen wenigstens fest verriegelt, dass ich mich nicht nochmal so erschrecken muss? Ich habe heute Abend, als es zu regnen anfingen, alle Fenster verriegelt. Auch dies hier. Ich begreife das gar nicht. Dann zerbricht dir darüber nicht den Kopf. Du wirst eins eben vergessen haben. Scheiß. Ich gebeisi dir von 17 Uhr. Ich sage dann. Ich sage dann. Ich sage dann. Vielen Dank.